Hallo, schön, dass du dabei bist. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Horrorräume findet und stelle die besten davon vor. Ihr geht auf eure Uhr, auf Play. Wenn wir dann hier auf das Suchen-Symbol gehen, können wir ganz hinten beim Reiter hier Horror auswählen. In dieser Liste findet ihr viele tolle Sachen. Zum Beispiel könnt ihr da eine Autopsie mit vier Leuten machen oder ihr könnt Phosphonophobia spielen oder die komplette Geschichte von Baba Yoda. Aber ich habe nur Platz für die besten drei und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit, fangen wir direkt mit dem ersten Raum an. Als erstes gehen wir hier in den Backrooms. Da passen fünf Spieler rein. Die Nerf 2 Die Nerf 3 Die Nerf 3 Die Nerf 3 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da können drei Spieler rein Step right up. Don't be shy. Move it. Tonight we celebrate the kill. Zum Schluss noch ein kleiner Geheimtipp. Wenn ihr hier nach Ring sucht, dann finden wir hier the Ring. Passen drei Personen rein. Viel Spaß. And as soon as it's over, your phone rings. Someone knows you've watched it. And what they say is, you'll die in seven days. So, so 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 Das war das Halloween Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, über ein Däumchen würde ich mich freuen. Tschüss und Bye Bye! Tschüss! so 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 so